wir machen weiter mit paar aufträgen zwölf ok noch zwölf komm 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 schnell hinter mir haben als zombie bin ich nicht so also die zombie charaktere die gefallen mir nicht so ich weiß nicht das so schade irgendwie die charaktere finde ich nicht so geil ich weiß nicht also die pflanzen finde ich viel geiler viel lustiger deswegen spiele ich auch meistens mit denen umsonst mit john traurhooper als superheld plan so level 2 endlich halleluja hat aber gedauert töte ihn nicht ich muss ihn töten du penner wie viel noch noch 9 schaffen wir das normal 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 ok was das kommen 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 guck mal die pflanzen sind schon stärker die rasieren meine leute was ist los weg 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 so viel noch noch fünf ja sieht gut aus freunde sehr gut sehr gut ja komm komm was ist das nein nicht dass ich jetzt sterbe so gut da ist nur einer oh man scheiss dreck geh weg wir haben hinter uns oh man oh man oh man oh man oh man du bist so langsam so bist du so langsam ein richtiger tank ne so komm 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 bis hin so jetzt auftrag erfüllt halleluja ok das haben wir aufgeschafft ich glaube ich muss nur noch ich muss nur noch einen multiplikator und dann haben wir 1,75 ja ok gehen wir mal zurück nach hausse kann ich gleich mal noch mal einen auf annehmen aufnehmen annehmen was soll ich nehmen was ist einfach 7 eingeschleimte zombies ja das ist doch einfach mit dem schnapper ist das einfach glaube ich so ja ja was das müsste gehen ähm charakterauswahl ähm charakterauswahl ich kann hier gleich mal machen da hat das ja fähigkeiten so schleim hä 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 und du hast das auch wenn ja dann der sieht schon geil aus aber naja komm gehen wir den so jetzt wird's ernst also ich muss 7 nur 7 oha das schaffen wir mit links also der sieht schon geil aus guck mal he he ok wo seid ihr meine Freunde mein Gott wo sind die Zombies aha oha das geht aber schnell irgendwie ne also wie viele habe ich jetzt habe ich das nicht angenommen doch hier einen oha nur einen gemacht so geil das geht ja mega schnell das ist gut oh nein nicht getroffen egal das fühlt sich schnell auf das finde ich mega geil nicht getroffen ich glaube einfach nicht wieso 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 läuft er weg von mir ich will doch spielen wieso läuft er weg von mir ich will doch spielen so bist du tot? nein komm 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 so guten Appetit mein kleiner so komm er ist auch tot gut wie viel habe ich noch noch zwei yeah so noch einen oh yeah geil komm ja 1,75 freunde endlich das ist super 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 ok dann gehen wir nach hause wenn es geht ok ja jetzt geht es natürlich noch mal schneller also das mit dem leveln also es ist schon wichtig ne es ist schon wichtig dass man den multiplikator erhöht sonst dauert das alles zu lange boah das dauert dann zu lange so dann nein das will ich nicht es ist zu schwer schiffe 3 gartenzwergbomben verdiene die abschussserien auszeichnen verhindere im abschuss bestätigt modus die aufnahme von 10 dpi kugeln ich bin mir am überlegen was soll ich nehmen was soll ich dann nehmen oh man komm machen wir das 3 gartenzwergbomben ja so und dann machen wir jetzt online genau let's do it und zwar gartenzwergbomben das habe ich auch noch nie gespielt das wird das zum ersten das wird das erste mal sein ja ich hoffe dass das jetzt schnell geht und dass wir nicht allzu lange warten müssen die verbindungen sind ja nicht so also es ist eigentlich gut aber man muss immer eine minute warten ja das ist bisschen blöd und jetzt dauert es wieder mal ok ok wenn nehme ich nehme ich nehme den ja ok ok so also wo muss ich hin aha bomben aha aha da ja komm 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 der sieht auch geil aus der wikinger der sieht auch geil aus der wikinger oh oh nein 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 schon tot halleluja man ok 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 wo 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 ja genau reanimieren fünf leute das muss ich ja auch noch machen genau 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 das machen wir auch ne leute ja leute nicht die j Noel abschund guck 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 stirbt doch oha oh man manno weiter weiter gehts weiter gehts habe ich schon eines gemacht also 3 spiel einfach abschließen ok und hier entschärfe 3 ja ich komme nicht mal ansatzweise in die nähe wie soll ich das schaffen oh oh wir verlieren ja so sieht es aus so sieht es aus einer geht noch einer geht noch schnell 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 nein ich muss das auch machen tot bin ich tot bin ich tot ja mann fliegt fliegt meine kinder wo ist die bombe ah oh nein 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 tot wunderbrot was ist das für ein name ah einen oh nein ich muss das auch so jetzt so bam endlich und tot so geil was für ein upgrade wo muss ich das ich muss das mal anschauen ich sehe nicht wohin wohin muss ich gehen hey kollege wo gehst du da sind sie oh my god ich bin so verwirrt aha Johnny Johnny komm oh jetzt ist er tot ja man schon chaos los so jetzt ich glaub's einfach nicht alter scheißdreck einmal ich muss das einmal wenigstens was schaffen oder jemanden beleben oh man die verlieren oder so sieht's aus so wiederbeleben schaffe ich das schaffe ich das komm 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 ja super noch vier und dann dann habe ich 5 oh so endlich tot wow so hey da ist es ok 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 Hey, don't panic. Wir schaffen das schon, was da? Oh man, ich bin zu weit weg. Ich bin... Hade, du schöner Garten. Okay, so. Kleiner. Ey, ich habe ihn. So, er ist tot. Nein, warum? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Steh auf. Das nervt mich jetzt. Komm, komm, komm. Wir sind da. Ruhe. Ruhe, habe ich gesagt. Ah, sie stöhnt. Ah, okay. Dann darfst du das natürlich. Ähm. Ja, bis ich da bin. Oh, der sieht so gut. Ich will auch so aussehen. Guck mal. Der sieht geil aus. Oh, 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 oh. Der schießt auf mich. Ah, der schießt auf mich. Uh. Ist er tot? Keine Ahnung. Der Kleine hat mich schon wieder getötet. Oh. Okay. Ähm. Was habe ich bis jetzt geschafft? Nichts hast du geschafft. Null, 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 Null. Halleluja. Okay. Okay, 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 okay. Das kommt alles schon. Oh. Oh. Rosi. Rosi. Okay. Oha. Ist jemand hinter mir? So, jetzt. Nein. Ich muss viel früher. Oh. Ich muss viel früher angreifen. Ja, aber jetzt genügt es mir. Jetzt schaffen wir das. Jetzt habe ich einen Trick. Eine Idee. Okay. Komm, 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 komm. Da. Wieso? Oh nein. Keiner. Keiner geht nicht. Keiner geht nicht. Wiederbeleben? Oh nein. Was ist das denn? Oh. Aha. Aha. Da ist der Ria. Da ist der Ria. So. Johnny. Johnny ist bad. Komm, 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 komm. Stirb. Stirb. Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Vier Minuten. Puh. Oh nein. Sie gewinnen ja. Oh man. Oh man. Ja, sie gewinnen. Aha. So, jetzt. Jetzt aber. Es ist so ein Chaos. Unglaublich, Freunde. Es ist so ein Chaos. Dieses Spiel ist so ein Chaos. Ich erkenne nicht mal die Gegner. Oh man. Oh man. Viel auf. Ja. So, jetzt. Überrasch. Oh. Johnny. Ja, jetzt. Stopp. Super Ultra. Na super. Na super. Super. Okay, komm. Aha. Aha. Schon wieder habe ich es nicht geschafft. Wir sind alle viel, viel früher da. Mann. Aha. Wieder benehmen. Ja, 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 ja. Das ist was für mich. Oh nein. Nein, nicht Pflanzen ziehen. Nicht viel wiederbeleben. Hier. Gut, 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 gut. Nein. Da, 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 da. Komm. Ich war noch nie so. Schaffte ich das? Oh mein Gott. Yeah. Ich hab sie jetzt. Oh mein Gott. Ich hab sie. Ich hab sie. Oh mein Gott. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, zum Allah. Mach schnell. Mach schnell. Mach schnell. Scheiße. Ich hab sie immer noch gehabt. Oha. Oha. Ich hab sie immer noch gehabt. Oh mein Gott. Nein. Warum? Okay. Okay, 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 okay. Komm. Lauf schneller. Komm, kannst du nicht rennen? Er kann nicht rennen. Oh Mann. Er kann nicht rennen. Er kann nicht fliegen. Was kannst du, he? Graben kann er. So, jetzt. Oh nein. Aha, aha. Jetzt hab ich dich. Hä? Ja, irgendwann muss du? Ja. Ich raste aus. Ich raste aus. Das ist echt schwer. Mega schwer. Für mich irgendwie ist das mega schwer. Einfach kotzen ein bisschen. Ja. So fühl ich mich gerade. Oh. Jetzt. Jetzt. Nein. Doch. Nein. Ich wollte ihn. Alle haben ausrasten. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin begeistert von dir, deswegen bin ich auch gestorben. Ja, aber das Geile ist, dass man gleich wieder dabei ist. Ja, das ist wirklich Hammer. Geiles Lied. Haben wir gewonnen. Ja, die Pflanzen gewinnen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Danke, dass ihr zugeschaut habt.